Hi zusammen. Wie ihr hier sehen könnt habe ich hier meine alten Felgen liegen. 4 BMW 17 Zoll Felgen und es gestaltet sich immer schwierig so einen Versand zu regeln. Da habe ich bei Amazon ein gutes Angebot entdeckt. Hier vier Kartons sind mir jetzt in einem Karton zugesandt worden und die sind direkt vorfrankiert und damit habe ich die Möglichkeit an den Käufer jetzt diese Felgen zu senden. Kostet je nach Felgengröße zwischen 50 und 70 Euro inklusive Versand und Karton. Und wie die aussehen das zeige ich euch jetzt. So hier könnt ihr jetzt sehen vier Kartons ausgepackt. Ich habe jetzt den ersten schon mal zusammen gebastelt damit die Felge auch nicht irgendwie beim Transport rausfällt oder Karton einreißt. Sehr stark mit Kleber fixiert. Und die Kartons selbst sind auch wirklich sehr gut. Also qualitativ hochwertige Kartons weil man sieht das hier auch sind relativ dick und dementsprechend sollten die Felgen darin auch gut geschützt sein. Und wie ihr hier sehen könnt haben wir hier so Maserungen oder ja so Standardrillen. Und dementsprechend können wir den Karton auch von der Größe ein bisschen variieren. Weil der ist nämlich gültig von, er fragt mich nicht genau, ich glaube 15 bis 20 Zoll irgendwie 19 Zoll irgendwas in dem Bereich. Und das ist halt eine 17 Zoll Felge die jetzt hier liegt und die packe ich jetzt mal da rein und zeige euch das dann. So wie gesagt Felge liegt drin. Ihr sehen könnt haben wir jetzt hier mit ein bisschen Platz an der Seite. Da werde ich hier noch das Verpackungsmaterial reinpacken damit da auch nicht die Felge zu viel Spiel hat und sich bewegt. Und ja dementsprechend werde ich da mit einem Schließen anpassen auf die Größe der Felge. Wie ihr sehen könnt jetzt hier so einen kleinen Winkel heißt, ja dann knicke ich dann gleich hier einfach einschneiden und dann ein bisschen runterklappen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ja und wie gesagt hier sind fertige Paketaufkleber drauf. Den Empfänger, Käufer meiner Felgen trage ich dann noch ein und kann ich in jedem DHL-Shop einfach abgeben. So da ist der Karton. Erste Felge erfolgreich verpackt. Karton ein bisschen eingeschnitten und dann passend genau für die 17 Zoll verkleinert. Also wirklich eine geniale Idee. Und ja, würde ich jetzt noch die anderen drei Felgen einpacken, Adresse eintragen und dann ab zur Post schleppen. Weil die sind natürlich ein bisschen, boah, man ganz sicher sonst nichts. Das passt schon. Also ich kann euch die Dinger nur empfehlen. Vielleicht erleichtert so ein Verkauf der Felgen und spricht natürlich mehr Käufer an, weil wenn ihr nur regional verkauft, ist es natürlich ganz wenig die Leute, die ihr damit anspricht. Ja, ich packe euch den Link dazu, wo es die Teile gibt bei Amazon unten in der Infobox und viel Spaß dann. Ciao.